Ich lade euch jetzt ein. Auf, ich bin bald eine klassische Partie. Ich bin mit dem 2 gegen 2, kann man das immer noch später probieren. Ja, aber mit den Einstellungen von eben. Ja, klar, so wie ich das jetzt hatte, genau. Alles einfach an. Ich bin Standard. Okay, eine Runde, ja. Das passt zu. Dann, machen wir mal die Lobby auf. Händler, du bist dann raus. Genau. Hey, hey. Schau mal, ob die Reihenfolge vom Tisch standen, wie es ein bisschen anders ist. Oh, ich höre die Kirche nicht mehr klatschen. Oh, ja. Geil, sei Dank. Geh, nicht mal was anderes. Tatsächlich hat die, das Buy-Join in die Lobby... ...ne Auswirkung auf den Tisch. Ach, vergiss es. Das weiß ich immer noch. Natürlich. Hab ich das nur, dann hört ihr auch dieses Geräusch am Hintergrund, wenn jemand sich rasieren würde. Ja, 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 ich habe das auch, ich höre das auch. Regelmäßig. Ich glaube, das ist bei Thomas. Das wechselt hin und wieder, hat man letztlich mal auch in der Party, na, über... Ja. Ja. Hängt einfach mit Play Station zusammen. Genau so. Ach, ich kann so weit. Weil ich habe noch ein neues Headset, was gerade eine Woche alt ist. Genau. Und auch nichts. Ach, hab's doch gesagt. Gut. Lucky, ich wollte es gerade anfischten. war mir klar dass das kommt die gehen zurück da seid du mal warum doch was für schlackkarten Das hat Marc aus der Garten genommen, ja. So, weiß jetzt jemand, wo noch die Karten sind? Wir haben nur Farbtaus-Spinner. Ja. Hatte ich auch jemand irgendwas? Oh, da ging es einer ja wieder Karten. Ja. Ilo, macht keinen Fehler. Oh, da geht's. Weithout. Hey. Penny und du haben gleiches Level. Ja. Ähm. Hehehehe. Immer auf die Kleinen. Ja. 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 Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus, ja. Ja. Oh, Alter. Dankeschön. Oh, großzügig, dass ich auch mal kann. Hm. Ja. What the fuck? Udo. Udo. Baby, Udo. 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 Das war so viel lange, ne? Es geht weiter. Udo. 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 Verdammt. Udo. Udo. Ich kann mal hinabfechten können. Udo. 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 Aber ich krieg vielleicht ein Ende rein. Na warte ab. Udo. 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 Die hat echt doch alles irgendwie noch eine Antwort. Ich weiß nicht mehr, wer die Karten gehört. Ich glaube, es ist auch Markus Karten oder Thomas Kalt. Nein, es ist. Es gibt noch andere Leute, die mitspielen würden gerne. Markus, du Armer, sammelst Karten ohne Ende. Da lässt er mich dran und dann kommt so eine Kacke raus. Dafür spielst du nicht mit. Danke, ich bin es schon gewohnt. Ja, kennst du, ne? Ich stehe die ganze Zeit auf. Ja, natürlich, kriege ich deine Kacke jetzt noch. So. Sie hat noch ein paar, ein bisschen was auf der Hand. Pass mal auf, da kommt noch einiges. Ich weiß. Da kommt noch ein paar Sieben da mit drin wahrscheinlich. Ich weiß. Ich weiß. Da haben wir hier so hängen noch ein paar Sieben da mit drin wahrscheinlich. Das sind die Kräfte. Das sind die Kräfte. Ich habe da mit drin. also ich krieg das alles gleich so zurück ja du hast nichts mehr oder 2 ich kann im moment nichts besonderes ich habe auch nichts gerade hier wie du siehst da kommt nämlich gerade einiges drauf naja ich bin mal andersrum der eilte was kommt nicht zum zug gerade ich habe leider kein geld ja genau du hast nichts anderes dankeschön es ist das zurück gibt mir noch mal zehn karten hat sie mal bitte irgendwie wollte mich ärgern oder wird vorher das wird eine längere partie dieses mal ja jetzt ist der bot von baby ja ja gern mich ruhig alles gut ich komme dann kriegt eigentlich markus ja alle ab ja wenn mich ruhig ich lass mich da wo es konnte da bin ich das ich mal weiß trotzdem gerade alles ja die neuen die mom als erstes das ist klar habe ich ja wahrscheinlich nicht gesagt sie karten ich hatte die hoffnung ist ja was gutes zu haben ich will diese scheiß karten nicht legen es ist gott sei dank tatsächlich so dass wir die tischrenfolge müssen geändert haben das heißt ich krieg habe ich mehr drauf wer weiß wer weiß du kriegst du nur zwei sehr froh dass ich doch gestapelt werden so zwischen geworfen und so zwischen stapeln ja das geschmack ist erst mal zwei noch dazu weh thomas wieder jetzt glaube ich ja jetzt richtig kann ja leck mich doch jetzt richtig ich wollte so schön marcus stapeln der hat noch nicht so viele karten er hat nur eine das hat halt unterfordert danke baby ja super ich bin gewinke da bin ich das gebe ich noch genau die farbe die ich brauche was ist das der für ein schott hier wieder aufregt und so kommt es wieder zum anfänger zurück tut mir leid aber was muss das muss naja ich bin halt nicht mit wir können es immer die neuen lieber müssen aus war das spiel nicht mit kann ich ruhe was ja genau ich setze hier zwei runden aus jetzt kann ich wenigstens mitspielen tut mir leid mussten aber was muss das muss machen mach doch kein fehler jetzt kriege ich den jahre wieder zurück jetzt kriege ich den jahre wieder zurück jetzt kriege ich den jahre wieder zurück und jetzt soll ich sie mir mal wieder nö jungs darf ich mal meine karten behalten ginge das mal dankeschön die wird jetzt schon wieder los bitteschön da auch mal ein bisschen durchgemischt damit kannst du nichts anfangen 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 nochmal so das ist nicht dein Ernst doch ich werde dir so nach heute am prügeln kriegen ich weiß ja nicht ob sie dir erzählt hat hin und so liegen das spielen wir zusammen hart kannst du eine zelle auch suchen sehen was ne zellen hab ich genug ich habe ich habe mal von der halben ewigkeit arg gespielt das ist lange her ja bei mir auch ich bin jetzt einfach gezwungen das zu legen ne danke ich war gezwungen das zu legen ja das war richtig so so war es jetzt schon oder eine runde machen wir noch kommen die dauert immer unterten die war jetzt relativ schnell aber eine die eine machen wir noch und dann ist gut okay so so jetzt haben wir den green dann wollen wir eine andere Farbe rein bringen ich bin dabei ich bin dabei ja blau ist okay jetzt ich bin dabei ich bin dabei da habe ich keinen bock zu können die karte schon mal drei gewohnt wenn ich eigentlich kontern können genau spieler heute jetzt bin ich hier das ja 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 ich merke das schon hier ja ich habe nichts anderes also ich mache es jetzt schon hier Ich hab's hier rot, hätt's mal grün gewünscht. Danke! Dann lege ich extra schon eine andere Farbe hin, denn er versauts, er versauts. Egal, alles gut, dann sind wir jetzt durch. Ich glaub nicht anders. Muss noch mal gucken, wenn wir wahrscheinlich wieder nächste Woche irgendwann. Ich hatte eine Null auf der Hand, Thomas, eine Null! Ja, passiert manchmal, ne? Ich hatte eine grüne Null. So, na dann.